auf einer Skala von 1 bis Prozent von 0 bis 100 wie versaut wird sie sich beschreiben 69 eskalation soo Minecraft immer wieder aber was muss man ganz kurz nicht sortieren das müsste nur 96 sein wenn ich das richtig im Überblick habe da hast du immer noch keine 3 96 97 98 99 schafft ihr noch eine Stunde doch da unten da gehen wir die Treppe durch haben wir sehen ist egal oder sind Skeletoni müssen wir bis zum bis zu 99 und aufnehmen nächstes mal ja aber das wäre mir lieber wenn wir jetzt schon hätten wenn ich irgendwie besser daher habe eben noch mehr Zeit egal wie auch immer ich bin jetzt schon wieder nicht die Wege die vorgesehen sind normal und so und so oh Mensch das geht aber auch ziemlich lange hier meine Fresse meine Fresse soo was wollte ich jetzt eigentlich machen äh die Zimmer einrichten dazu brauchte ich Schafswolle genau habe ich ja noch einiges oder das schon die habe ich nicht äh ich wollte aber sowieso mal ein bisschen gucken gehen und so das Thema in der Welt rumkommen verstehst du in welche Richtung sind wir noch nicht gegangen die da hinten sind im Prinzip ich bin alle genug essen ja zumindest ich zumindest ich bin schon Pacio Creeper mich kriegst du nicht mich kriegst du nicht die Musik geht ab ey motiviert richtig hier lang zu laufen juhu adventure map skills haben leider versagt scheiße okay da muss durch mein Gasthaus durch das ja wunderschön ist ach so Paul du musst mir noch Kakteen bringen ich mache mir das an naja warte mal Prozent tust du die nicht in die Kiste in der Küche rein ich will die Werte selber setzen als setzt sie bitte nicht aus nein 9 ich verstehe ich nie du bist so leise ab und es kann schon wir haben geschlossen trotzdem woher adventure map mäßig ich verstehe ich nie Paul nein ich habe auch gerade gar nie redet also tust du es in die Kiste ja wenn schon mal oh my god oh fuck das war ach komm scheiß auf das Doppelholz hier was soll der Geiz wolltest du wohl sagen bin ich wieder runtergefallen warte mal hier wollte ich sowieso noch mal reingucken hier ui oder das hier ne das war nicht hier das war woanders naja vielleicht auf dem Rückweg gucken wir mal so also Schafe suchen wir hast du auch genug zu essen mit ja ich hoffe es oh Mist das ist nicht sehr effektiv gewesen naja bist du jetzt in Paulsrichtung gegangen oder was ja ich bin sogar in Paulsrichtung gegangen ist recht ne darum ging es aber nicht aber hast du noch dein Haus in der Wüste äh ja ja da habe ich vorhin Sand abgebaut Sand 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 das sind Hunde aber keine Schafe aber die müssten ja irgendwo sein ich sprint hier ganz schön ey was denn das da ok hier wahrscheinlich war der Jonas mal echt wie es aussieht ja hier so ein äh Netoblock Netorek ich war auch schon im Neto ne ich meine äh das müsste in die Richtung sein wo das Portal ist und da ist so so Wasser abgesperrt damit naja auch egal oh Gott Hauptsache ich bin zurück hier krieg ich schon hin bist du schon durch die Wüste durch beim Paul ne ich bin weiter links gelaufen na ich will jetzt auch mal hier krank gehen so wie viele krank gehen müssen noch irgendwo Schafe sein na bring äh keine Ahnung bring mal so 10 mit oder so ne bring mal ein paar mehr mit bring mal 15 mit 15 was Kakteen oh Knochen au nein ich hab Knochen gefunden oh mein Gott oh nein scheiße ich hab's nicht geschafft Mist wo sind denn hier Schafe nein nicht ein Zombie verdammte Kacke oh mein Gott ah scheiße ich fall hier dauernd halb runter so ich hätte jetzt gerne mal ein Schaf so wenn möglich warte mal NPCs werden doch nur gespornet wenn du in der Nähe bist oder ja ah hier ist ein Schaf schön ganz viele Schafe ja in welchem Bion bist denn du ich glaube Laubwald stinknormaler Laubwald ja den Baum Bion naja 10 davon was kriegt man aus Schafen noch aus wenn man die tötet nichts oder nicht aus einem als hat die geschoren jetzt aufhackt allein das soll ich bin ja und scheiße naja egal Buch Jonas was hast du hier vor meiner Tür veranstaltet gar nichts Feuerwehr gar nichts aber auch Dinge hingesetzt stimmt welche habe ich abgebaut mal glaube ich ist das doch und es ist nicht ganz sicher eine Ahnung ah jetzt könnte man die das wasser in voller Pracht sehen hier ganz schöne Fläche ich bin ich hier vorbeinkommen das Ultra Jump'n'Run es geht man auch scheiße nein ja ja so dann gehen wir mal wieder zurück es könnte reichen für die ganzen Betten die ich da brauche wie viele Betten willst du bauen nicht so viele man könnte natürlich mal solche Schafe mitnehmen aber hab kein hab jetzt nichts mit dafür also egal oh mein Gott hast du hingeschafft ja viel dank hat mich eingeschafft sehr gut Paul wiii 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 das Wasser das Wasser sieht so wunderschön aus fast wie ich mhm genau genau hast du was dagegen? das ich so wunderschön bin? oriented ja irgendwie schon beneidisch na wer ist das nicht? ein Hitler und das ist ja das dieses Let's Draw My Life von 3 Dudelsack 3 gesehen Mieter fand ich irgendwie so geil die Witze der da gebracht hat auf einer Skala von 1 bis Prozent von 0 bis 100 wie versaut wird sie sich beschreiben 69 sie sind Prozent Prozent einiger und der Fingern der Masse wo bist denn du das ach scheiße ich hab die Mauer und gekillt wirklich scheiß gut die nur sehr schöne Wege hast ja angelegt natürlich passen zu mir noch so Paul ich öffne dir die Tür bitte Philipp Rallo in der Kiste Alter wie viele wie viele wie viele Chicken hast du dabei Philipp äh vier krieg ich alle nein der Jonas hat ja hier unten Zeug wir dürfen das ist doch unser Gemeinschaftslager ich sollte ja mal meine Kiste hinbringen das wird mir gerade so ein ich brauche mal ein bisschen Essen Jonas ich freue mir das einfach mal was ja ich hab Karotten ganz ganz viel essen ich mache den Gemeinschaftsgeist noch nicht wieso ne du meinst du mal alles äh die ganzen Sachen da gehören ja das hab ich einmal gesagt ja und das die Plantage auch zu welchem Anlass war das überhaupt ich glaube ich hab mich ein bisschen verlaufen und sein ich fand es irgendwie da wollen wir in die Plantage zu pflanzen und da hast du gemeint die Plätze mir hat damit du mich dessen kannst aber hat naja egal ah stirbt auch scheiße 0 m aber ziemlich viel Fleisch wenn ich jetzt das finde ich in Ordnung also ich finde das vielleicht nicht na doch eigentlich schon egal Paul wie sieht denn das eigentlich aus mit deinem Bahnhof oh mein Gott später ich habe jetzt nicht die oh mein Gott das war schnapp scheiße ah du gehst ja so viele Schweine ja wäre mal nicht schlecht mein Haus könnte unbedingt eine Anbindung gebrauchen das ist manchmal ein bisschen nervig dass hier so viele Bäume drüben nein Philipp du wirst isoliert Mauer trommelt weg oh hier ist die Mauer muss weg verdammt warte mal kann mir mal einer die Koordinaten sagen äh x ist 189 und hast du ja z ist 191 machst du noch 1990 dann musst du da ok 190 190 ok da muss ich in die Richtung laufen also mit minus 190 und 190 nein 190 und 190 beides 190 ja na dann durch hey wie bin ich in der gelogen habe ich mich ja völlig falsch orientiert das meint der Mondbär wie bin ich hierher gekommen in der Haar das meint der Mondbär und ich weiß nicht mehr verliebt ok gut da noch nicht in dem 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 müssen du der Kartenkünfte und hat uns ich habe zum Beispiel macht das mal anders als das Gründer gemacht heißt ich bin dran es geht immer an ich muss die Jürgen der Wartemar also umgekehrt verstanden scheiß es wird nacht er will nur das war das war deine Connections zu Gott spielen Nein Das haben wir noch einmal gemacht Außerdem bin ich Gott Das solltest du mittlerweile wissen Ja, das stimmt Ah, jetzt bin ich wieder hier Echt, ich bin so gerade gelaufen? So, ich habe noch was geschmeißen Das behalte ich lieber Gut, den Rest des Weges finde ich auch so Den Rest des Weges finde ich Immer dem Mond entgegen Stimmt, da hätte ich mich wirklich orientieren können Ja Warum habe ich es nicht gemacht? Keine Ahnung Naja, achso, wir wollten ja noch mal bei meinem Bei dem Ding vorbeigucken Ach so, das doch Kuh, stopp Kuh Willst du auch was anpflanzen? Ne War das hier? Nein, es geht aber schneller, wenn du auch was anpflanzt Karotten? Ne, Karotten mache ich ja gerade Also ich kann dir was geben Da War das hier? Äh, eins von den beiden Teilen halten Scheiße, ich habe keine Ahnung Gut, dann nehme ich das dahin Ich glaube ja, dass das hier war Das hinterste Ja, kannst du machen Ansonsten gucke ich nochmal Achso, warte Ja, warte, hier unten ging es rein Oh, hier steht eine Kuh Ach, die wollte mich besuchen, hallo Hallo Guten Tag Guten Tag Alter, die ganzen Treppen, die ich hier verbaut habe Guten Tag, Frau Merkel So, warte mal, hier wollte ich ja sowieso nochmal reingucken Ist da noch was? Oh Gott, das dauert er jetzt lange Mh, naja, okay, egal Nur noch kurz hier reingucken Was ist da? 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 Das klang wie Batman Äh Was ist das angekommen eigentlich? Batman? Batman tötet keine, keine Menschen Lol, was ist denn hier abgegangen? War das TNT? Das war ich jedenfalls nie Naja, ich will jetzt eigentlich nie in diese Höhle reingehen Da habe ich ja schon alles abgebaut, wie es aussieht hier Mr. Tino? Ja Haben sie denn schon Batman tötet keine, keine Menschen geguckt von, wie es sagt? Nein Ne, auch Da steht noch eine Workbench, das aber schön Das aber schön Vielleicht war da schon immer drin Äh, ne Was? Alkohol, scheiße, ne Spinne Scheiße Mh Ich hasse Spinnen Ich hasse Und auch Zombies Wui Ach, scheiße Ich hab's verkackt So Da muss Hm, hm, hm Wo sind eigentlich der Paul hin? Lass die Krippe auf deinem Feld, Jonas Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott, ich hab ihn gesehen, aus dem Augenwinkel Lass ihn explodieren Jan Okay, das war knapp Lol, das ist ja stimmt, das ist ja dann noch nicht symmetrisch Na ja, ist ja jetzt egal Von außen sieht's nie so wunderschön aus, aber von innen ist schön Paul, du sollst sie doch gar nicht setzen Was? Ich hab nur ein anderer zu zusammengesetzt Paul, ich hasse dich Weiß Ich verflore dich bis ans Ende deines Lebens Okay 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 Cool Ahhhh Betten Betten Ach, scheiße, mehr passen die Weg damit Betten Ach, scheiße, mehr passen die Betten 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 Weck damit Ach, scheiße, mehr passen die Betten Jo Hier haben wir jetzt alle zu Hause Ja Haben wir Team hier fertig Paul, wir sind hier fertig Wir sind hier fertig Wir sind hier fertig Wir sind hier fertig 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 Immer schön das Tor schließen, Paul Eben, Paul Paul Paul, du Arsch Mö ich zu machen Mö ich zu machen Erstmal bis zur nächsten Folge Tschüss Tschüss Tschüss